Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist Tag 7 des Adventskalenders und ich möchte euch heute zeigen, was die Laura mir eingepackt hat in Tütchen Nummer 7. Natürlich, wie die letzten Tage auch, es wird eine Verlosung am 24. stattfinden. Lauras Kanal, der wirklich sehenswert ist, geht einfach unten in die Infobox. Mein Lippenstift ist noch nicht trocken. Naja, geht auf jeden Fall in die Infobox und schaut euch gerne ihren Kanal an, der ist wirklich mega toll und dort könnt ihr auch praktisch beobachten, wie sie sich freut über die kleinen Geschenke, die ich hier eingepackt habe. Und jetzt packen wir mal eins aus. Diamonds are girls best friends. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Diamonds are the girls best friends. Ich habe gar keine Diamanten. Sind da jetzt Diamanten drin, Laura? Ja, wie cool. Das ist ein Nagellack, den ich tatsächlich noch nicht habe, Leute. Und zwar ist es der von Essence, der Glitz & Glam. Das ist ein ganz, ganz toller Topcoat. Ich war echt kurz davor, mir den tatsächlich zu kaufen, weil der wirklich mega, mega schön ist. Vielen, vielen Dank, liebe Laura. Wenn ihr gerne weitere Videos von mir sehen wollt, dann abonniert doch gerne, gerne meinen Kanal. Und wie gesagt, ich habe viele der Sachen schon ausprobiert, die die Laura mir geschenkt hat. Und die sind mega, mega gut. Und du wirst so ganz, ganz neugierig, dann bleib doch einfach dran auf meinem Kanal und schau einfach, was morgen ausgepackt wird. Bis zum nächsten Mal. 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 Non,